Hallo, wir berichten hier live vom Pride Art Atelier für die Ausstellung Intersectional. Einer unserer teilnehmenden Künstler ist Jens Schommer. Jens wurde geboren in Neubern-Kasel-Küß an der Mosel. Nach einer kaufmännischen Ausbildung zog er Zweckstudium nach Köln. Über das Studium zum Kommunikationswirt an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation in Köln kam er intensiv zur Fotografie. Er entwickelte dort unter anderem ein Konzept für den Event das Bildforum in Herden, Westfalen. Eine vierwöchige Großveranstaltung der Firma Aqua zu allen Themen der Fotografie. Über verschiedene berufliche Stationen in Köln, eine Werbeagentur, Medienagentur und ein Comedy Club, zog es ihn nach Berlin. Dort arbeitete er unter anderem in der Galerie Futura in Berlin-Friedenau. Ab 2007 stellt er seine Fotografien erstmals im Rahmen von Gruppenausstellungen in Berlin aus. Galerie Lane Art, Mannsbilder, Gay-Foto-Award, Atelier Grossart, Die Ballerie, Mein schwules Auge. Produziert wurden seine Fotos unter anderem in der Siegessäule Blue Box Köln, 20 Minuten Köln, im Buch Mein schwules Auge, sowie online unter anderem im Getfab-Online-Magazin, Box-Magazin, Dark Exit Website. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sein Motto ist »Authenticity ist die Keyword, die hinter Jens Schommer Fotografie liegt.« »He prefers to show more the human touch and less the retouch.« Vielen Dank. Bald mehr. Helene Authenticity